Jo, also weiter geht's jetzt, machen wir mit dem Abo-Special. Ja, immer noch gegen diesen Typ hier. Irgendwann werde ich ihn schon besiegen. Später. Und ja, komm. Oh, jetzt hab ich natürlich die falsche Taste gedrückt. Wieso auch nicht, ne? Wieso kann ich denn... Ich drück die falsche Taste. Zweimal. Ich glaub nicht. Ja, das könnt ihr nicht. Gebt zu, das könnt ihr nicht. Natürlich. Natürlich! Jawoll, also. Jawoll! Oh, wann ist das hot, ey? Mein Gott! Oh, ey. Bäm! Ja, das war jetzt... Nein! Fast bin ich tot gewesen. Und tot! Natürlich! Ja, ja. Okay, nochmal. Ach ja, das ist schon brutal. Wieso ist das nur so brutal? Wer hat das Spiel so gemacht? Scheiße! Ja, stirbt doch wohl. Und denn, 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 denn. Perfekt. Wie, das sieht... Ja, jetzt sieht's wirklich zwar ganz gut aus. Ganz ordentlich. Naja, es geht, ja. Wedigstens ist es ganz so schlecht, jetzt. Ach, ey. Du kleiner, verdammter Hornsunde. Was geht die Scheiße? Ja, bald ist er aber weg. Kommt. Das schaffe ich. Ich vertraue mir selbst. Kommt. Oh, fast weg, ey. Fast. Lass du mich mal schön in Ruhe, ja? Was mache ich denn? Ja! Er ist weg. 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 Endlich. Clear. Yes. Ich glaube, damit ist mein 50 Abonnenten-Special zu Ende, oder? Oh, es geht doch noch weiter, oder? Okay. You got's, okay. Ja. Oh, es geht doch noch weiter, oder? Schimpferl-Royal, okay. Ich mach's jetzt einfach mal, weil ich denke, das kann ich schaden, oder? Scheiße, das wollte ich natürlich nicht. Okay. 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 Wart doch mal! Ey, endlich! Wie komm ich da jetzt hoch? Äh, okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Keines bisschen, aber nur. Wie komm ich da jetzt hoch? Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt noch machen muss. Wow, total sowas, ey. Aber weil ich gar nicht Bescheid weiß über irgendwas, was man gerade macht. Ja, okay, ich hab verloren angeblich. Egal. Das Spiel ist dann wohl zu Ende. Also. Ja. Oh. Nein, das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Frag ihr Leute, soll ich das ganze Spiel durchspielen? Weil das sind ganz schön viele Ports. Dann. Dann wechsle ich mich aber schon ab mit den anderen Spielen. Und mach nicht nur noch durchweg das. Weil das wär. Naja. Das wär blöd. Weil da würde ja zwei Wochen gehen zur Server kommen oder was. Und kein Let's Play und kein Cosplay. Aber ich mach das erstmal mal weiter. Aber sagt mir bitte, ob ich das noch jetzt machen soll. Weil es geht noch weiter und zwar offenbar ziemlich lange, hab ich so ein Gefühl. Warte. Ziemlich lange. Naja. Also ich hab jetzt nichts dagegen oder so. Nein. Überhaupt nicht. Also. Mir gefällt ja das Spiel. Ihr sollt schon noch durchspielen. Aber ganz wie ihr wollt. Aber ganz sicher kommt da nicht nur noch das hier durchweg. Das geht ja gar nicht. Da würde kein anderes Spiel mehr kommen. Eine ganze Weile. Und das fände ich irgendwie scheiße. Ja. Okay. Eine Kanone. Was gibt die Scheiße? Ehhhh. Naja. Ich pausier mal kurz, bis ich wieder da bin. Bis gleich. Ja weiter geht's. Ok. Wer ist das? Ok. Worn mir jetzt gerade egal was sie gesagt hat. Worn mir jetzt gerade egal was sie gesagt hat. Sehr nett. Ok. Oh ja, das war verschwendetes Power-Up gerade. Runter geht's. Und ein Bombenwerfer. Wie ich sie hasse. Was ist hier? Noch ein Raum. Okay. Dank. Wann ist das hier? Eigentlich ja nicht, aber egal. Ist das ein Bonusraum oder geht's hier tatsächlich lang? Ja, das wäre geil. Denkst du mit einmal gefunden, gleich. Den richtigen Raum. Das war gerade kacke. So, jetzt noch der hier. Okay, hier hoch. Was ist hier noch? Ein. Yeah, eine Hühnchenkeule. Sehr schön. Okay, hier jetzt erst mal runter. Hier lang. Hier lang. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Los, mach hoch. Okay. Ja, das war dann also. Ja, wie soll man sagen. Umsonst. Ein Fight. Das ist der erste Fight. Ähm. Ja. Im zweiten Areal. Oder wie auch immer. Eben. Im zweiten Dings. Ihr wisst ja was schon. Oh, ey. Schlimm. I must protect my town. Okay. So, falls ich kacke, sollte, möchte ich mich entschuldigen. Was soll das, ey? Was soll das? Hä? Nein, nein, nein. Nicht selten, nicht selten, nicht selten. Naja. Okay. Bis heute geht. Seht ihr im nächsten Video. Also, wenn ich hiermit weiteres machen soll, sagt es mir. Dann kommt im nächsten Port trotzdem erstmal mein Let's Play wieder. Und wenn ich nicht weiteres machen soll, kommt im nächsten Port mein Let's Play. Also, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.